Unser Song Ice geht so los. Aber wie entsteht dieser Sound? Der besteht nämlich aus drei verschiedenen Instrumenten. Ich zeig's euch. Zuerst nehmen wir eine Geige. Weil wir keine Geige spielen können, machen wir das Ganze einfach auf dem Keyboard. Dann verändern wir den Sound digital noch ein wenig, dass er so klingt. Dann nehmen wir noch ein Blasinstrument hinzu, in diesem Fall am Horn. Und verändern auch das wieder ein wenig. Dann legen wir beides zusammen in die linke Hand auf dem Keyboard. Das klingt dann so. Und in die rechte Hand legen wir ein Klavier. Alles zusammen. Die ganze Zeit könnt ihr auf Spotify oder YouTube einziehen. Viel Spaß dabei! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Denise hust messe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. 逆心. Doゅ. Tschüss. Tschüss. Roi. Tschüss. dragged. gym Tulsi. rabbis.